hallo ich herzlich willkommen zu einem heute etwas kürzeren video ich wollte euch etwas lustiges zeigen im internet bin ich auch erst letztens drauf gekommen wenn ihr eingibt holy im internet und dann enter drückt und dann falsch gemacht habt weil ihr in google das eingeben müsst man dann auf 33 geklickt kannst du alles anklicken und alles vollwerfen mit wasserbomben kann doch alles verlässt und dann muss ich wieder neu draufklicken so war ich habe ja alles wollte ich wollte schon auf shots zeigen am handy geht das irgendwie nicht alles wollen was ist denn das endlich ist so ein fest kein wunder davon nichts weiß ich kann mich nicht nur runterscrollen alles an was wenn ich das jetzt screenshot öffne und dann noch mehr mal wenn es eingeben wollte dann normal nicht einfach nur eingeben geht auf google und dann darauf klicken schreibt mir in die kommentare ob es euch gefallen hat